Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um das Thema Impfungen. Hat der Impfungen gesagt? Impfungen? Ist ja verrückt. Ja, es geht um das Thema Impfungen. Tatsächlich. Ich traue es mich, in der Öffentlichkeit bereit zu treten. Es gibt eigentlich bei Impfungen nur drei Meinungen. Es gibt die Befürworter, da gibt es die Kritiker und dann gibt es die Gegner. Und dann gibt es das Internet mit all seinen schönen Facetten. Es gibt die Meinungsfreiheit mit all diesen wunderbaren Freiheiten, die man hat. Und das ist auch alles in Ordnung so. Ich bin pro Meinungsfreiheit und ich bin auch pro Internet. Sonst würde ich das alles hier nicht machen. Aber es wird schwierig, wenn es um Gesundheitsfragen geht und vor allem Gesundheitsfragen, die andere Menschen betreffen. Denn das Internet mit seiner Meinungsfreiheit ist natürlich ein Riesenort, wo man wirklich auch Halbwissen publik machen kann. Und damit möglicherweise Mr. X und Mrs. Y insoweit beeinflusst, dass sie die falsche Entscheidung treffen, weil sie irgendwo was gelesen haben. Und im Thema Gesundheit und Meinungen bin ich immer sehr, sehr kritisch. Denn ich persönlich habe ja den Anspruch, euch hier etwas zu erzählen, wovon ich auch Ahnung habe. Ich würde euch nicht erzählen, wie ein Otto-Motor aufgebaut ist, obwohl ich weiß, wie im Groben ein Otto-Motor funktioniert. Trotzdem setze ich mich ja nicht hier hin und sage, so, das müsst ihr hier eine Schraube machen und da ein bisschen und da und dann funktioniert das Ganze. Oder das müsst ihr nicht machen, das könnt ihr weglassen, dann funktioniert das Ganze eben ein bisschen besser. Das würde ich nicht machen, weil ich mich mit Otto-Motoren nicht perfekt auskenne. Dafür gibt es Spezialisten und es gibt auch Spezialisten im Thema Gesundheitsfragen. Und dieses Thema möchte ich heute ein bisschen aufrollen. Und wenn man über Impfungen spricht, dann spricht man nicht nur einfach über dieses Piksen und dann passiert irgendwas, sondern es ist so, so, so viel umfangreicher. Wenn man über das Thema Impfungen spricht, muss man sich auch ein Stück weit auskennen mit Mikrobiologie und Virologie. Das wäre dieses Werk. Da muss man sich ein Stück weit auskennen mit Immunologie. Man muss mal was von IgG und IgM, einer Immunantwort im Allgemeinen mal was gehört haben. Wäre dann dieses Werk. Man muss sich auskennen mit Molekularbiologie. Man muss sich auskennen mit der Anatomie des Menschen. Man muss sich auskennen mit der Biochemie des Menschen. Man muss mal was gehört haben von Aktiv- und Passivimpfungen, Simultanimpfungen. Was ist denn das genau? Man muss sich im Allgemeinen auskennen mit der Genetik des Menschen. Man muss mal was gehört haben von Studiendesigns. Also wie ist denn eigentlich so eine Studie aufgebaut? Wie können denn die ganzen Firmen behaupten, dass diese Impfstoffe auch sicher sind? Und man muss noch was gehört haben von Impfreaktionen, Impfschaden, Impfkomplikationen. Kennt ihr diesen Unterschied? Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dieses Thema ist nicht so ganz ohne. Man muss ein Stück weit auch Ahnung davon haben. Wenn ihr über diese ganzen Themen nicht hundertprozentig Bescheid wisst, ist das überhaupt kein Ding. Warum sollte man das auch wissen? Aber dann wäre ich auch sehr zurückhaltend, andere Leute öffentlich zu beeinflussen oder beeinflussen zu wollen. Aber das passiert leider immer wieder. Und da gibt es, wie gesagt, schon Impfkritiker. Da bin ich absolut dafür. Man muss auch kritisch bleiben. In allen medizinischen Fragen bin ich selber auch kritisch. Kommt ein neues Präparat auf den Markt, gucke ich erstmal, was ist das, wie sieht die Studie aus, wie ist das Studiendesign aufgebaut. Kann die wirklich was, dieses neue Medikament XY oder eben nicht. Kritisch darf man sein. Der absolute Anti und absolute Gegner, ohne entsprechende Argumentation, finde ich immer schwierig. Und ihr kennt vielleicht von meinem Instagram-Kanal dieses Story-Highlight, wo ich wirklich diese Impfgegner-Argumente ein bisschen versuche, wissenschaftlich fundiert zu beantworten. Ein absolutes Argument von Impfgegnern ist immer, ja, die Pharma-Industrien, diese mafiösen Unternehmen möchten damit Geld verdienen. Das ist sowas von unlogisch. Wenn ihr mal überlegt, eine Impfung gibt man in der Regel ein- bis zweimal, maximal dreimal im Leben eines Menschen. Es wäre viel lukrativer für diese ganzen Unternehmen, wenn sie einfach sagen, okay, wir leben mit den Konsequenzen der Krankheit, gegen die wir da eigentlich impfen. Wir nehmen den Impfstoff weg und können jetzt ganz viele tolle Medikamente produzieren gegen die Symptome dieser Erkrankung. Damit würden die viel, viel, viel mehr Geld machen. Und dafür gibt es eben auch belegte Daten. Es gibt zum Beispiel aus dem Jahre 2014 Zahlen, wie viel Geld für Arzneimittel von der gesetzlichen Krankenkasse XY ausgegeben wurde. Das sind 33 Milliarden Euro. Und dann kann man sich noch angucken, wie viel Geld diese gesetzliche Krankenkasse ausgegeben hat für die entsprechenden Impfstoffe. Das ist eine Milliarde. 33 Milliarden gegen eine Milliarde für den Impfstoff. Das heißt, diese Pharmaunternehmen und auch die Kassen machen mit diesen Impfstoffen eigentlich ein Minusgeschäft. Dadurch, dass sie mögliche Erkrankungen, die toll behandelt werden könnten, mit ganz vielen tollen neuen Medikamenten auszulöschen versuchen durch Impfstoffe. Ein weiteres tolles Argument ist ja Masern und andere Kindererkrankungen. Das ist ja so selten. Dagegen brauchen wir gar nicht impfen. Und das rottet sich doch quasi gerade von alleine aus durch die besseren hygienischen Maßnahmen, die wir heutzutage haben. Leute, das ist so selten geworden, weil wir angefangen haben zu impfen. Wir haben sogar schon eine Erkrankung ausgerottet. Das sind nämlich die Pocken. Und bei den Masern waren wir kurz davor, bis wir vor ein paar Jahren gesagt haben, oh nee, Impfen ist voll blöd. Ich gehe jetzt nicht mehr zum Impfen mit meinen Kindern. Und schon sind die Masern wieder am Vormarsch. Es gibt heutzutage wieder viel, viel mehr Masern-Tote, als es früher gab. Und das ist selbstverschuldet von uns Menschen. Die meisten Erkrankungen sind Gott sei Dank so selten geworden, weil wir was dagegen tun, weil wir impfen gehen. Und ein weiteres Argument ist auch, ja diese Impfungen enthalten ja diese Erreger. Die spritzt man dann in den menschlichen Körper rein. Dann kriege ich ja die Erkrankung, die ich eigentlich nicht haben möchte. Und da ist ja das Grundkonzept von Impfungen überhaupt nicht verstanden. Es gibt zum einen diese Totimpfstoffe, die nichts Lebendes mehr enthalten. Die wirklich nur Partikel von diesem Erreger enthalten. Und gegen diesen Partikel macht unser Körper Antikörper. Und wenn dieser Partikel irgendwann mal lebend an uns rankommt, haben wir schon die Antikörper und können diesen Erreger angreifen. Das ist ein Totimpfstoff. Ein Lebendimpfstoff ist ein maximal abgeschwächter Erreger. Das heißt potenziell, ja, er ist noch aktiv, aber soweit abgeschwächt, dass er nur minimalste Reaktionen in unserem Immunsystem eben aufgreifen kann. In Form von leichten Fieber oder ein bisschen Abgeschlagenheit. Das sind die Lebendimpfstoffe und davon gibt es gar nicht so viele. Die Klassiker sind so Mumps, Masern, Röteln zum Beispiel. Das ist so ein klassischer Lebendimpfstoff, wo aber absolut abgeschwächter Erreger drin sind, die in der Regel auch keine weitere Reaktionen in unserem Immunsystem verursachen, die wir systemisch merken. Manchmal sind wir abgeschlagen und auch die Kinder haben manchmal eine Woche später ein bisschen Fieber. Und das hat sich dann aber innerhalb von ein paar Tagen wieder erledigt. Diese Impfstoffe sind ja völlig verunreinigt. Die enthalten ja alle ganz, ganz viele Gifte, zum Beispiel Formaldehyd oder Phenole oder Aluminiumhydroxid. Stimmt, da sind solche Stoffe drin, aber in einer absolut minimalen Konzentration, die nicht toxisch, nachweislich nicht toxisch für den menschlichen Körper sind. Diese Substanzen haben aber auch alle eine Funktion. Zum Beispiel dieses Formaldehyd, von dem immer alle sprechen, tötet Viren ab. Dann sind wir bei dem Totimpfstoff. Das ist so minimal konzentriert, dass es diese Miniviren abtötet, aber uns Menschen überhaupt nicht tangiert. Aluminiumhydroxid zum Beispiel verstärkt unsere Immunantwort. Ist also quasi ein Booster, dass unsere Immunabwehr potenter ist und stärker abläuft, dass wir besser geschützt sind. Und Phenole sind dafür da, diesen Impfstoff einfach haltbarer zu machen. Es kostet die Pharmaunternehmen einen Haufen Geld, so einen Impfstoff zu isolieren oder solche Erreger zu isolieren und diesen Impfstoff überhaupt herzustellen. Und da ist natürlich blöd, wenn die nach zwei Wochen ablaufen. Deswegen ist da Phenol beigefügt. Das sind aber alles Stoffe, die uns am Körper nicht schaden. Da ist jeder Sprung, sage ich immer, in das Kinderplanschbecken, in dem Hallenbad, um die Ecke, viel, viel toxischer durch diesen Chlorgehalt. Dann sagen immer viele, ja, aber das Chlor, das spritzt man sich ja jetzt nicht unter die Haut. Ja, das stimmt. Aber wenn man einmal in so ein Chlorbad geht, hat man über die Schleimhäute, über die Augen, Ohren, Mund, Nase, untenrum, über die ganze Haut. Unsere Haut ist das größte Organ. Nehmen wir Chlor auf. Und das gelangt unter Umständen auch in unser Blut. Und das ist unter Umständen viel gefährlicher als ein Impfstoff. Heißt jetzt nicht, dass ihr mit euren Kindern nicht ins Hallenbad geht. Das ist alles schon sicher. Aber noch sicherer sind tatsächlich solche Impfstoffe. Diese Fragerunde könnte ewig so weitergehen. Ich möchte euch nicht langweilen. Ein großer Aspekt ist noch immer dieses Thema Impfschaden. Ja, diese Impfschäden sollen ja nicht wegdiskutiert werden. Das werden sie auch nicht. Es gibt sie auch. Aber sie stehen in überhaupt keinem Verhältnis. Und man muss auch erstmal, bevor man mit dem Begriff Impfschaden um sich wirft, erstmal wissen, was ist eine Impfreaktion, was ist eine Impfkrankheit, eine Impfkomplikation. Und dann kommen wir erst zu dem Impfschaden. Und wer noch nie was von den anderen drei Begriffen außer dem Impfschaden gehört hat, der ist nicht gut informiert. Der muss nochmal zurückspulen und gucken. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass es nicht Impfkomplikationen und Impfschäden, das sind die zwei heftigeren. Die sind übrigens auch meldepflichtig von jedem Arzt an das Gesundheitsamt. Das heißt, die werden nicht irgendwie vertuscht, oh, da ist irgendwie eine Impfkomplikation aufgetreten los. Das erzählen wir keinem. Sondern es ist Pflicht, dass man das an das Gesundheitsamt meldet. So eine Impfkomplikation und einen Impfschaden. Und einer von einer Million Geimpften kann auch so eine Impfkomplikation und einen Impfschaden erleiden. Das ist gar nicht wegzudiskutieren. Das stimmt auch. Aber man muss sich auch rückrechnen, wie viele Leute man durch seine Impfung rettet oder wie viel man auch hilft. Und das verstehen die allerwenigsten auch. Es geht ja nicht nur darum, sich selbst zu schützen. Auch, klar, jeder ist sich selbst der Nächste. Natürlich möchte ich mich und mein Kind zum Beispiel schützen. Aber es geht ja vielmehr darum, andere zu schützen. Wenn ich hier im Supermarkt nebenan bin und habe jetzt mal Masern, die bei mir ausgebrochen sind, ist erstmal nicht schlimm. Ich bin ja ein gesunder, erwachsener, junger Mann und kriege das schon hin. Mein Immunsystem wird diese Masern schon bekämpfen. Aber vielleicht leuchtet Frau Müller rum, die gerade unter Chemotherapie ist, weil sie Brustkrebs hat. Oder der kleine Kevin, warum ist auch immer Kevin, der kleine Andreas, der hat vielleicht einen Herzfehler und sein Immunsystem schafft es einfach nicht. Oder da hinten die Sabine hat vielleicht wirklich eine angeborene Immunschwäche. Und ich laufe da mit meiner Floriden-Masern-Infektion rum, stecke die drei Leute an und die können daran sterben. Darum geht es eben auch beim Impfen. Es ist eine Herdenimmunität. Es ist ein Herdenschutz. Es ist, wenn man so will, soziales Engagement. Wenn ich sehe, wie da hinten eine alte Omi von zwei Typen angegriffen wird und die Handtasche soll geklaut werden, dann gehe ich doch dazwischen im besten Falle. Und so ist es doch beim Impfen eigentlich auch. Wenn ich was für andere Menschen tun kann, dann mache ich das. So einfach ist die Argumentation eigentlich für Impfbefürworter. Also es ist ein riesiges Thema. Ich verstehe, dass das kontrovers diskutiert wird. Ich verstehe nicht die blinde Argumentation, die überhaupt nicht fundiert ist. Die kann ich nicht verstehen, werde ich auch nicht verstehen. Und ich werde auch unter diesem Video wieder so viele Hasspredigten und Kommentare lesen. Und es ist mir egal. Ich werde immer weitermachen. Mein Instagram-Account ist dafür da, sich da auszutauschen. Ich werde über Impfen und andere schwierige Themen immer weiter aufklären, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man das versteht. Ihr habt diesen Bücherstapel am Anfang noch im Kopf. Man muss das nicht alles im Kopf haben. Das ist nicht wichtig. Aber man muss auch nicht mit, weiß ich nicht, so einem Papierschnipsel wissen, andere Leute versuchen zu beeinflussen. Das heißt, ihr könnt euch sehr gerne gut informieren. Und wenn ihr gut informiert seid, dann kann man auch gerne auf einem guten Niveau miteinander diskutieren und auch kritisch sein. Da bin ich absolut dafür. Aber nicht blind sagen, Impfen ist Kacke, weil da sind ja Giftstoffe drin. Und im besten Falle weiß man noch nicht mal, was da für Giftstoffe drin sind, weil man hat es irgendwo gelesen, dass Gift drin ist. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Argumentationen oder ein weiteres Video dazu wollt, dann schreibt diese Argumentationen vielleicht auch von Impfgegnern oder Befürwortern oder wem auch immer mal in die Kommentare. Ich gucke mir die an und kann dann entsprechend auch vielleicht nochmal ein neues Video dazu machen, wenn euch dieses gefallen hat. Lasst mir auch ein Abo da, guckt auch bei Instagram vorbei und bei Facebook. Wir sehen uns im nächsten hoffentlich nicht so hitzig diskutierten Video wieder. Bis dahin, ciao.